Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Raft. Das muss ich mal eben noch aufändern, also nicht jetzt, sondern nachher. So, wir müssen eben nochmal schnell alles einlagern, was wir gesammelt haben. Da haben wir schon einiges gesammelt auf jeden Fall. So, wieder Treibstoff. Wir haben so viel Treibstoff bekommen. Ich glaube, Holz packen wir auch erst einmal übergangsweise hier rein. So, was haben wir für hier? Für hier haben wir erstmal nichts. Hier, Rüben wieder. Und Kartoffeln. Was können wir hier hinpacken? Das hier. Seile haben wir auch Unmengen. Ne, Schrott kommt nicht hier. Aber Bolzen. Haben wir wieder so viel und Metallbarn. Alter, wir haben bald gar keinen Platz mehr dafür. So, das kann jetzt hier rein. Ähm, ja. So, dann, ne, wir gehen oben rum. Und ich würde dann hier auch noch einmal schrauben. Ah, warte, wir brauchen Plastik. Wir haben kein Plastik mehr. Oder wir füten das mal aus. Ähm. Das hier. Seil. Ist doch nicht deren Ernst. Wir haben das jetzt für umsonst ausgeschüttelt, oder was? Ja, egal. Wir schauen erstmal, ob wir vielleicht noch irgendwie hier noch was finden. Wo wir die Dinger hier... Ah, das könnte klappen. Fast. Und... Ja, das klappt. Nice. Hatten wir hier nicht noch irgendwas gebraucht? hintun müssen? Blieb ich da jetzt hängen? Ne, hier nichts. So, die Bienen können wir mal in Ruhe lassen, erstmal. Gab's hier nicht noch irgendwas? Aber wir brauchen das Tauchgerät, ganz dringend. Und notfalls müssen wir gleich nochmal irgendwie irgendwoher Plastik organisieren. Wir hatten aber auch irgendwo Plastik weggeschmissen gehabt. Plus wo? Wo hatten wir Plastik weggeschmissen? Ja, wir lassen das Jünchen mal in Ruhe. Da würde ich hin. Da sind auch wieder Bienen. Oder hier zum Bürgermeister würde ich auch hin. Die Frage, die ich mir stelle, ist aber was müssen wir jetzt machen? Wir haben jetzt diese Tabeldinger. Aber vielleicht muss ich auch wirklich darunter. Und das ist das Nächste, was ich zu machen habe, hier. Okay, das bringt mir nichts, hier an den Luftblasen zu sein. Alter, wie tief muss ich runter? Da ist ein Kugelfisch. Nee, das wird zu knapp. Das wird hier zu knapp. Ah, bitte. Schnell, 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 schnell. Aber okay, hier haben wir einen Kugelfisch. Ah, warte. Nee, besser so. Eins. Zwo. Drei. Wie viel hält der aus? Ah, okay. Das war's jetzt. Nice. Das Ding lassen wir mal weg. Aber ich glaube, die Tauchen bringt mir nichts. Erstmal ohne ohne hier die Ausrüstung dafür. Wir haben wir doch aber die Schwimmflossen gehabt oder nicht? Oder haben wir die auch schon verbraucht? Komm, wir schwimmen mal dahin. Hier ist ja zum Glück noch ein bisschen Plastik im Wasser. Vielleicht wird das reichen, was hier so rumschwimmt. Für ein, äh... Ja, okay. Komm. Egal. Ich hoffe, wir sind dann gleich nicht zu weit weg. Ich hätte jetzt wenig Lust, dass so ein Gulliver wiederkommt. Autsch. Da ist noch ein Stück Plastik. Müssen wir jetzt mal gleich schauen, wie viel brauchen wir. Acht. Autsch. Wir brauchen acht Plastik. Hier haben wir aber nichts mehr an Plastik. Ich hoffe, wir haben hier noch irgendwie was gelassen gehabt. Hm. Kein Plastik. Kein Plastik. Auch nichts. Nett. Nada. Jetzt haben wir ein Problem. Hier ist noch einer. Schnell nochmal aufs Schiff. Vielleicht sehen wir noch irgendwo in der Ferne einen. Okay. Ich hoffe. Ne, ich sehe jetzt nur Planken. Toll. Mir fehlt ein Plastik jetzt. Ah. Super. So. Weg mit dir, Boris. Bleib da. Ja. Ich merke schon. Autsch. Okay, der hat jetzt mich erwischt und nicht ich ihn. Aber jetzt haben wir dann einen. Das müsste jetzt reichen. Und ich hoffe, kein Gullewa hat jetzt respawnt. Ja. Danke, Boris. Jo. Jetzt jetzt sind wir wenigstens in Sicherheit. Äh, da lang. Sauerstoffflasche. Wo haben wir die jetzt hin? Hier. So, das kann da hin. Ah, warte. Das kann... Nee. Wir müssen das hier reinpacken. Wir haben keinen Planken dafür. Okay, dann nehmen wir eben die vier. Nüsse reichen. Damit daraus explosives Pulver wird. So. Und ich hoffe, das wird jetzt mit dem Sauerstoff genug sein, damit wir da hinten weiter vorankommen. Also, damit wir weit genug kommen, sagen wir mal so eher. Ah, nicht runterfallen. Also, nicht in den Tod. Wenn hier jetzt auch noch Plastik wäre. so, wir versuchen es noch einmal. Sauerstoff fällt diesmal länger. Und es ist kein Boris in der Nähe, aber noch so ein Bobbelfisch. ich hoffe, der ignoriert mich. Gut, der ignoriert mich. Da ist ja noch einer. Alter, wie tief muss ich? Kann ich hier nirgendwo bisschen mal Sauerstoff ... Bitte lass ... Bitte lass da Sauerstoff sein, bitte. Ja! Boah, das ist lebensrettend. Ja, okay. Ich merke schon, gegen den müssen wir kämpfen. Keine andere Wahl. So, jetzt ist er tot. Äh, so. Jetzt. Alles einmal eingesammelt. Jetzt hier noch mal Luft holen. So. Alter, wie tief muss ich denn hier runter? Ach ne, da kommt noch einer. Ich habe aber keine Zeit für die. Jo, neuer Erfolg. Exploring the Debt. Okay. Okay, hier kommt jetzt keiner. Metalldetektor, was? Einmal Schlüssel zur Krankenstation. Hier gibt es noch eine Krankenstation zusätzlich. Okay, wir werden aber eine Zwischenstatt, äh, Zwischenhalt machen müssen. Zum Sauerstoff-Ding. Und zwar hier. Okay, der ist nicht hinterhergekommen. Gut. Alter. Das hier krass. Das ist wirklich hier sehr, sehr krass, wie tief man runtergehen muss. Was ist denn das da? Ach. Ernsthaft jetzt? Hier hätten wir auch noch kurz tauchen können. Komm, wir schnappen uns den. Auch noch. Wir brauchen noch ein bisschen mehr von von den explosiven Pulver. So. Die Köpfe brauchen wir ja weniger. Okay, aber hier können wir wenn wir explosive Pulver brauchen regelmäßig hin. So, was haben wir jetzt eigentlich gesammelt? so. Gefundene Gegenstände Teil einer Seilrutsche zwei von drei. Und was ist das für ein Bauplan? Metalldetektor. Brauchen wir hier jetzt Metalldetektor? Ich weiß es nicht. Aber warte mal, wir müssen hier explosives Pulver machen. Wir haben ja da hinten irgendwo also wir haben in unserem Schiff bin einfach da rüber. Komm. Wir haben ja explosives Pulver da quasi zum Fertigstellen im Ofen gelassen, zum trocknen gelassen. Also explosiven Schleim, das zu Pulver werden soll. vielleicht brauchen wir das für das eine Teil da oben. So, schnell nach oben. Ja, und dann genau den Rest lassen wir erstmal hier zwischengelagert. Äh, da. Nee. Falsche Kiste. Lassen wir erstmal hier. Und dann gehen wir nochmal nach oben, dann können wir den Bauplan erstmal erlernen. So. Okay, wo ist denn das? Der Metalldetektor? Hier. Rot, Batterie und Kunststoff. Ich weiß schon, was wir mit dem da oben machen können, sobald der leer ist. Es sei denn, der muss voll sein. Dann hätten wir ein Problem. So. Dann haben wir hier den schon mal. und dann wieder wieder nach oben, um das explosive Pulver zu benutzen. und dann nochmal hier hoch. da haben wir das Küken wieder. Und dann müssen wir da hin. War doch da hinten, oder? Ja, war da hinten. eins, zwei, drei Sprung. So, jetzt bin ich gespannt, was passiert, weil wir jetzt das explosive Pulver hier haben. Okay, das ist cool. da waren wir noch nicht. Und da ist wieder so ein explosierter Fisch. Hier ist nichts drin. Ui, hier haben wir wieder eine Kiste. Ah, nein, hoch. Will schon hier hoch. Toll, jetzt stecke ich hier fest. So, jetzt müssen wir hier drauf. Können wir da rein? Na, wird nicht einfach. Komm. Nein, wird nicht funktionieren. Egal, dann schauen wir mal, dass wir wieder hier hochkommen. So, dann gucken wir uns hier mal um, weil wir hier noch nicht waren. Steine, nice, hatten wir lange nicht mehr gehabt. Okay. Wahrscheinlich hier rum. Ah, rote Melone und Kokosnuss schlag. Ah, okay. So, jetzt haben wir es geschafft. Wir gehen erstmal ganz nach oben. Und aufnehmen. du kannst jetzt erforschen Feuerwerk. Major Tom und einmal Teil einer Seilrutsche. Ah, wir haben jetzt alle drei Teile. Nice. Jetzt haben wir sie. So, nochmal Steine. Nice. Was soll ich mit all so viel Stein machen? Das ist mehr, als ich jemals brauchen würde. Wirklich. Hier, ihr seid frei. Ich entlasse euch. Major Tom nicht der beste Astronaut, aber auch nicht der schlechteste. Okay, das ist irgendwie süß. Das ist irgendwie cool. dass sie sowas auch eingebaut haben. Die kann ich nicht einsammeln. Oh, warte, jetzt können wir da oben die Seilrutsche zusammenbauen. So, jetzt ist nur die Frage, wie kommen wir da nochmal hoch hier. Und so. doch. Ach, ne, da ist die Gruppe. wir haben wieder Durst. Werden wir uns paar Melonen. So, wo haben wir die Seilrutsche? Da. Bauplan, Seilrutsche, weg. was können wir wieder wegschmeißen? Hier haben wir die Seilrutsche. Wir können mal das hier gönnen. Und den hier dann Seilrutschen, Werkzeug, Seilrutsche. Alter, wie geil. Okay, wir gehen jetzt nochmal kurz zum Schiff. Wo war denn der? Da hinten, ne? Wir müssen wieder zwischenlagern. Neat? Waren wir da schon drinne? Hier waren wir noch nicht drinne. Bolzen, nice. Kleine, gut, gefällt mir. Überreste können wir nicht mitnehmen. Hm, was können wir dafür wegschmeißen? Dann lassen wir das mal so. Oder, warte. Hätten wir so machen können. Ah, Boris flimmt da schon. So, aber wir müssen blöderweise an ihm vorbei. Und er erwischt uns trotzdem. So, aber ich hab trotzdem vor, jetzt hier mal wieder ein bisschen einzulagern. die müssen aber eben noch alle drei erforschen, bevor wir die hier einlagern. So, lernen, lernen, lernen. So. Und jetzt können wir die hier reinpacken. Den können wir mal irgendwo hinpacken gleich. Müssen wir mal schauen, wo. noch mal ein bisschen essen. Hier packen wir noch nichts hin. Oder, warte. Das können wir hier reinpacken. Die können wir auch wieder hier hinpacken. Was haben wir hier? Wieder Rüben und Kartoffeln. Da können wir das hier hinpacken. Ja, ich weiß auch langsam nicht mehr, wohin mit dem ganzen was können wir noch weg tun. Das war unten, ne? Genau, das war hier unten. So, wo tun wir den hin? Komm, den tun wir mal hier. Der ist cool. Der ist echt cool. Komm, wir können auch pennen gehen. So, 125 Tage schon. So, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge probieren wir mal die Seilrutsche aus. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao! Ich bin's, Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018